Konnichiwa Minasan! Im heutigen Video wollen wir darüber sprechen, warum viele Japaner im Alltag eine Maske tragen. Was meine ich genau mit Maske? Dieses Ding hier, ich habe euch mal eine mitgebracht aus Japan. Wir haben ganz viele noch davon, weil meine Frau die öfter benutzt. Hier, das ist so eine Maske und die zieht man folgendermaßen an. Einfach so. Ja, für mich ist die ein bisschen klein, ehrlich gesagt. So, man kann die so hoch machen. Jetzt ist meine Stimme ein bisschen komisch und ich sehe aus, als würde ich gleich operieren. Ja, diese Masken, habt ihr vielleicht schon mal Bilder gesehen in Japan oder aus Japan in Dokumentationen, dass viele Leute im Alltag, auch auf der Straße, einfach diese Masken tragen. So, ich habe die Maske mal wieder abgezogen. Warum tragen Japaner diese Maske? Es geht oft unter Deutschen das Gerücht rum, dass Japaner diese Masken tragen, weil die Luftqualität in Japan so schlecht ist. Das ist aber auch wirklich nur ein Gerücht, das kann ich nämlich nicht bestätigen. Die Luftqualität in japanischen Städten ist nicht wirklich schlechter als die Luftqualität hier in deutschen Städten. Smog gibt es in Japan eigentlich auch überhaupt nicht. Also, dass man jetzt sagen könnte, da hängt der dicke Smog irgendwie in den Städten. Das ist in China der Fall. In China hat man wirklich sehr, sehr starke Luftverpestung. Da hängt der Smog auch in den Städten. Und ein Grund, warum Japaner diese Masken tragen, ist, dass ab und zu mal diese ganze schlechte Luft und dieser Smog von China nach Japan rüberweht. Und das gibt es dann auch in den Nachrichten, wird gesagt, ah, ab morgen kommt wieder Smog aus China. Und da gibt es dann Japaner, die diese Masken wegen dem Smog anziehen. Ein weiterer Grund, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum diese Masken von Japanern getragen werden, ist, dass Japaner, wenn sie erkältet sind, zum einen andere Leute nicht anstecken wollen und zum anderen wollen sie auch nicht Krankheiten von anderen Menschen bekommen, die eventuell erkältet sind und keine Maske tragen. Das heißt, diese Maske ist für viele Leute einfach auch so eine Vorsichtsmaßnahme, dass man sich nicht erkältet oder keine Krankheiten von anderen Leuten bekommt. Und eben, wenn man erkältet ist, dann denkt man an die anderen Leute, die zusammen mit einem in der Bahn zum Beispiel fahren oder die zusammen mit einem arbeiten oder auch einfach auf der Straße oder im Bahnhof, wenn man sich begegnet. Dann hat man eben so eine Maske, um andere Leute nicht anzustecken. In Deutschland haben wir das eigentlich gar nicht. Also ich habe hier noch nie einen Deutschen mit so einer Maske rumrennen sehen, wenn er erkältet ist. Das ist auch immer, ich war jetzt letztens wieder erkältet, bin noch ein bisschen erkältet, hört man vielleicht auch an der Stimme und ich habe diese Maske nicht aufgezogen, habe meine Frau dann angesteckt. Und da war der auch ziemlich sauer, hat gesagt, Kevin, ab dem nächsten Mal, du ziehst auf jeden Fall diese Maske an. Ich mag die aber nicht, weil ich kann so schlecht atmen, wenn ich die anhabe. Aber okay, ab dem nächsten Mal muss ich dann also auch diese Maske anziehen, um niemanden anzustecken. Da denken Japaner wirklich ein bisschen anders. Da merkt man auch, dass es wirklich wichtiger ist in Japan als in Deutschland, an die anderen zu denken und für die anderen auch mitzudenken. Es gibt aber auch Japaner, die diese Maske so ein bisschen irgendwie als Style-Mittel benutzen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe zum Beispiel eine Japanerin gehabt im Deutschkurs. Ich habe als Assistenzlehrer im Deutschkurs gearbeitet in Japan, während ich dort ein Austauschjahr gemacht habe. Und da war eine Japanerin, die hat permanent jede Stunde diese Maske angehabt, ohne dass sie jetzt irgendwie krank war. Oder ich glaube, die Angst war auch nicht so groß, dass sie krank werden könnte durch andere, sondern sie hat das irgendwie als Style-Mittel benutzt, Zielmittel benutzt und hat wirklich immer diese Maske angehabt. Auf Japanisch heißt das ganz im Übrigen Maske. Ja, Maske nennen die das. Deswegen sage ich dazu jetzt auch Maske. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Für das auch Maske nennen würden die Japaner, nennen es auf jeden Fall Maske. Das ist also der Grund, warum viele Japaner auch im Alltag diese Maske tragen. Nicht, dass die Luft in Japan so schlecht ist. Natürlich auch in den größeren Städten Tokio, Osaka ist die Luftqualität nicht die beste. Das ist natürlich ganz klar. Aber jetzt nicht viel, viel schlechter als irgendwie in europäischen oder in deutschen Großstädten. Da kommt der Smog von China immer rüber. Das ist also der eine Grund. Der andere Grund ist wirklich, man möchte sich nicht bei anderen Leuten anstecken und man möchte vor allem auch nicht andere Leute anstecken. Das ist der Grund, warum viele Japaner diese Masken auch im Alltag tragen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wusstet, ob ihr diese Gründe schon kanntet oder ob euch das vollkommen neu war und ihr auch gedacht habt, die tragen das alle, weil die Luft in Japan selbst so schlecht ist. Das war es im Grunde auch schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues lernen. Ich konnte euch ein bisschen was Neues vermitteln. Falls ihr euch jetzt noch mehr für japanische Kultur oder die japanische Sprache interessiert, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es einige interessante Online-Kurse, die ich für euch vorbereitet habe. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!